ich habe kein langes wenn ich das spiel gewinnen aber das ist das was ich für ihn gemeint habe wenn dich keiner angreift kannst du theoretisch auch spielen wie so ein wie so ein soup aber das problem ist wenn es jetzt gleich schnell wird wir haben hier überhaupt keine basis ja dann wirst du plötzlich so angegriffen ja ich habe einfach keinen teil ja was soll ich denn jetzt mit zwei würfeln mache naja da strengst du dich so an kriegst du würfel und ist vorbei jetzt brauche ich einen würfel aber wenn dich keiner angreift ist alles egal nein ja ich wollte den würfel nicht ach ja was willst du machen ich hoffe ich gewinne es noch da denkst du dir auch so ähm jetzt kommen sie ich muss die ich brauche ein langes bester win on stream ever okay und noch okay hinterher bam in die fresse komm das können sie doch nicht halten oder ja komm stirb komm der andere stirbt doch jetzt auch oder ja alter das war richtig gut das war auch mit sicherheit große portion lack weil mich einfach in dem moment niemand angegriffen hat keine frage aber das war richtig geil auch noch ein orklier da rein zu ballern ja 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 ja